Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von New World. Ich will jetzt mal losrennen und hier den Zuckersaft holen. Der ist ja hier. Mal gucken. Da laufe ich am besten... Na, hier möchte ich eigentlich ungerne durch. Aber hier bleibt nichts anderes übrig, sehe ich gerade. Ja, hier den Weg entlang, ne. Auf geht's. Einfach querfeldein. Okay. Gehen wir mal nicht zu dicht an die... ...an die Verderbnis da ran. Ach. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ach, hier wollte ich doch gar nicht hin, ne. Ja doch, hier muss ich ja hin. Ja doch hier, ich muss jetzt hier entlang. Ja doch hier, ich muss jetzt hier entlang. Aber wenn hier ständig solche Typen sind, die mich angreifen, das ist auch nicht gerade der Hit. Okay, den haben wir auch erledigt. So, was haben wir denn hier? Verlorenes Geschenk. Warte mal. Warte mal, ja, kann ich das nicht öffnen? Nee. Rohstoff. Okay, gut. Okay. Nee, Quatsch. Nichts zerlegen. Was mache ich denn hier? So, wo ist der Bogen? Wo ist der Bogen? Wo ist mein Bogen? Wo ist der Bogen? Ach, da ist er so. Ja, so. Fertig. Wo ist der Bogen? Wo ist der Bogen? Okay. Nach verlorenen Geschenken also immer Ausschau halten. Okay. 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 So, wo ist der Bogen? Okay. 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 Das hat jetzt leider nichts liegen lassen. da hinten ist noch irgendetwas ich gerne hätte okay der spieler war so nett woa 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 so warte mal jetzt irgendwie in die hülle rein so warte mal ernte saftiger zugersatz von den jungen bäumen des blühendes versteckt aber hier kann ja jetzt nichts machen blut wer damit ist das hier so ein junger baum alles klar okay der gilt nicht okay dann gelten also nur die bäume wenn ich mich in dem bereich hier aufhalte okay jetzt hier schon nicht mehr ja ja aber hier sind ja nicht so viele bäume super 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 Was ist das? Ja, heißt das jetzt, dass ich jetzt hier nur von diesen Bäumen, die Bäume hier fällen kann, oder? Dann werde ich jetzt in diese Richtung hier rennen. Ah! Geht ja so noch weiter, das Gebiet. Alles klar, gut. Ja, das gilt auch nicht. Ach, kacke, mein Inventar ist gleich voll. Das sieht echt scheiße. Scheiße. Ah! Shit. Gut. Gut, dann rüsten wir das jetzt einfach mal aus. Gut, dann muss ich das jetzt verlegen. Ne, komm. Zerlegen. Ne, gut. Alles klar. So weit, so gut. Mal sehen, ob ich den geplättet kriege. Was ist jetzt? Gut, dann muss ich das auf ihr. Mal sehen, bis zumachen. Diss doch. Gossen. Der Haus ist das nicht. Aber ich... So weit stehe! Aua! Wow! Oh, nur raus hier! Ich habe ihn geplättet! Yay! Okay. Jungen bäumen. Gut. Jungen bäumen. Gut. Bevor der Typ respawnt, möchte ich eigentlich gerne hier weg sein, denn noch einmal kriege ich den hier nicht geplättet, nicht mit meinem gesunder Zustand. Yo, Abflug. Ach, Kacke, so warte mal, wo muss ich eigentlich noch mal hin? Ja, aber hier will ich mich entlang, ne? Gut, warten wir noch mal einen Augenblick. So, jetzt haben wir hier rechts rum und den nehmen wir geradeaus, ne? Ja, immer geradeaus. Da halten wir uns auch gar nicht mehr groß mit Kämpfe auf, den haben wir jetzt auch gleich durch. Naja, okay, gut. Scheiß drauf. Okay, gut. So, mal sehen, ob wir es schaffen, an dem vorbeizukommen ohne die Aktion. So, mal sehen wir, um den Parkgrub zu ziehen. Okay, bei dem wird das vielleicht nicht klappen. Ach Gott. Ja, ich würde hier gerne das verlohene Geschenk noch mitnehmen, aber okay, gut. Okay, gut, 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 gut. alles klar möglichst nicht so an der verderbnis handeln möglich es so davon ist er ja schon hier sagt dass du das mit der saftigen zückersachs habhaft geworden ist ja das reicht endlich kann ich diesen tee trinken vor zusätzlich habe alles was man für eine zubereitung benötigt als du weg warst habe ich die zeit genutzt um diese blätter genauer zu studieren und habe etwas unerfreuliches herausgefunden der tee der zornigen kreaturen ist komplexer als ich dachte lass mich raten du brauchst noch etwas ja wobei ich fürchte ich habe dich schon über gebühr in anspruch genommen waren die zornigen erdkreaturen nicht so grausam wäre ich nicht in dieser lage die verbergen ihre geheimnisse sogar vor ihren verbündeten bist du eine verbündete nur wenige bewohner erinnern uns genießen das vertrauen der zornigen erdkreaturen allerdings habe ich meine schon vor vielen jahren ein gebüßt seitdem hoffe ich in ständig ist irgendwann wieder gewinnen zu können soll der tee dabei helfen ja ich schätze ich kann dir ruhig die wahrheit sagen um den tee zu vollenden benötigen 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 benötige ich adelfia 9 schaman in der laubhöhle tragen sie bei sich hol sie mir dann werde ich rehabilitiert na super na super na super ok aber bevor ich das mache wo muss ich da jetzt überhaupt hin ach hier unten im grunde genommen den gleichen weg wieder zurück ach man nun gut aber bevor wir das machen will ich jetzt erstmal mein inventar hier mal ein bisschen leer kriegen und schwert konstitution und konzentration nö so bevor ich das aber mache will ich erstmal das für den geschenken hier machen und wie sagt man inventar leer kriegen so wo muss ich denn jetzt eigentlich dahin feiertagshitten im winterdorf zu wintermarken winterdorf ich habe jetzt keine ahnung wo winterdorf da muss ich jetzt hin ok ok so schneebedeckt wie heiter ja da muss ich jetzt hin 1,5 kilometer ok gut wie laufe ich da jetzt mal am besten ja am besten hier so quirlfeld ein ja am besten hier so quirlfeld ein bis dann so hallo mein lieben zu da bin ich mal wieder ich hänge das jetzt hier nochmal an das video ran ich bin ja jetzt hier in dem winterdorf so ja das ist jetzt hier das winterdorf sieht ja alles natürlich schön weinertig mit geschenken und hast du nicht gesehen können wir mit denen da auch nochmal reden das machen wir auch gleich und hier kann ich ja jetzt meine wintermarken herstellen das auch schon ein kollege hier aber ich wollte mir noch mal kurz alles angucken ok dick fette geschenke hier großartig ist es nicht groß hier alles aber immer alles winterlich weihnachtlich nicht schlecht nicht schlecht alle geschenke sind hier nochmal mit ne kunstvoll verpacktes geschenk warte mal ähm ein kunstvoll verpacktes geschenk das ist an dich adressiert da ist sicher etwas großartiges drin öffnen ja dann öffnen wir doch mal belohnungen wintermarke drei stück und schließkassette l1 über bahn und 100 taler so was kann ich jetzt damit anfangen eine frostige wintermarke hatte sie beim winterwanderer gegen besondere belohnungen alles klar bevor ich das aber machen will ich jetzt erstmal meine geschenkdinger hier warte mal ne da kann man das machen äh warte mal ok ok dann gehen wir mal zu kollegen hier hin ewiger winter naht bitter kalt muss ihn aufhalten brauche hilfe du willst mir helfen wie kann ich dir behilflich sein winter kälte dunkelheit gedanken voller dunkler nebel harter worte hier am baum ist es wärmer mit leuten ist es wärmer feiertagszitte wird helfen wie soll ich eine soll eine feiertagszitte helfen hütte im besitz von glänzenden talern ja taler helfen schenken insel wärme kälte ist schlecht kälte ist wo andere jedi leben aber nicht wanderer ich bin wanderer du du bist tavalero tavalero geht zu hütten und findet taler die winter konvergenz gehe zur konvergenz feiertagszitte ne das muss die hier sein ne hier verlasse ich das dorf hier verlasse ich das dorf sprich mit der war ach so wintertal erlauben guten handel viel zu tun im dorf worte kehren zurück höre gut zu belohnung ich erinnere mich es gibt viel zu tun wir müssen das land wärmen wir müssen konvergenz helfen äh was genau ist eine konvergenz winter ist kalt verbittert und einsam aber auch zeit für wärme trost und freude winter hat zwei seiten tavalero sie müssen sich vereinen hier im dorf mit baum und hütten ist geschenken und geschenken ist es warm draus in der wildnis formeln geht dies eis zu hüllen mochtest du die eis hüllen nicht ich bin nicht wie die anderen jedis hassen wanderer mich lockt die wärme ins dorf keine jedis kommen hierher noch nicht die wärme das dorf das die die wärme des dorfes anschauen und fühlen ok ich habe sieben wintermarken ach kommt schon leute so nachdem ich das spiel ist neu gestartet habe reden wir jetzt nochmal mit dem winterränderer so ich bin ganz klar hier mal öffnen äh so warte mal warum kann ich die denn jetzt hier nicht kaufen ich habe doch sieben wintermarken komm ja irgendwie warum sind die jetzt noch verschlossen vielleicht muss ich jetzt hier mal irgendetwas kaufen wohliger kuchen buttercreme pudding ingwer keks schnabulier wickel gewürzter pote ne ne ich will denn lieber so ein Stück kuchen haben so ich weiß jetzt nicht warum ist das jetzt hier nicht warum sind die jetzt nicht offen oder oder erst vielleicht ab stufe 2 3 4 und 5 naja ich habe nochmal ein paar ingwerkekse hier ok wohl erst hier ja wenn ich das ansehen wohl steigere dann schalten sich das wohl immer bei den stufen hier mal frei ok gut ok 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 mehr kann ich jetzt hier auch nicht machen ok hier nochmal kurz hin ne ja mehr kann ich jetzt hier erstmal nicht machen in dem winterdorf hier auch wenn ich finde das relativ cool gemacht ist das ganze hier kann man hier noch irgendwo anders geschenke vielleicht abgreifen oder so ne oder was haben wir denn hier für ne ne nun gut dann brände ich jetzt hier den part endgültig dann warte mal kann ich jetzt von hier aus eigentlich eine schnellreise machen lichtholz immer fall da will ich hin oh ja schnell also das geht so wie gesagt ich bin jetzt in dem part endgültig bedanken für zuschauer wenn es gefallen hat da mich ein abo und dass ich soll wieder dabei bei